Mein Name ist Sascha Rabe und ich erzähle dir mal ein bisschen was über das Thema Entwicklung von Investment Banking. Bis in die 80er Jahre war Investment Banking sehr stark durch Insider-Informationen und so ein bisschen Glücksritter geprägt. Seit den 80er Jahren, nämlich als die NASA Raketenwissenschaftler entlassen hat und die auf den amerikanischen Markt gekommen sind, hat sich das massiv verändert, weil seitdem wird im Investment Banking gerechnet. Und immer dann, wenn ein Finanzprodukt schwer rechenbar war, gab es in den Investment Banken, in den großen Investment Banken in Amerika so einen Satz, give it to the rocket engineers. Und seitdem ist Finanzmathematik etwas Wichtiges, seitdem funktionieren die Dinge professionell. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an. Ich selber habe viele Jahre Finanzmathematik in zwei unterschiedlichen Ländern studiert, habe dort Erfahrung und wenn du etwas Professionelles haben willst, dann ruf mich an.